Hallo meine lieben Kapitalisten-Schwansen, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich bin immer noch Sebastian und heute ein kleines Depot-Update vom September 2022. Ja, viel ist passiert, der Monat der Rekorde im negativen Sinne bei den Kursen und auch im positiven Sinne bei den Dividenden gesehen. Also bleib doch ganz gern dran, wenn dich das interessiert. Vorher so ein paar kleine Neuigkeiten und zwar haben wir Marine Harvest bzw. Movi heutzutage genannt, die haben sich vor einiger Zeit mal umbenannt. Nichtsdestotrotz ein norwegisches Unternehmen, größter Lachsproduzent der Welt, eigentlich ein ziemlich solides Ding. Problem hierbei ist jetzt nun, dass die norwegische Regierung sich dachte, oh Mann, 22% Steuer auf den Gewinn für Lachs ist uns zu wenig. Wir erhöhen das einfach mal um 40% auf satte 62%. Das soll tatsächlich so kommen ab Januar 2023. 62% auf die Gewinne von Marine Harvest. Das wäre natürlich äußerst bitter. Ja, da weiß ich selber noch gar nicht so genau, was macht man da nun. Verkaufen, nicht verkaufen, vielleicht nachkaufen. Der Kurs natürlich massiv eingebrochen. Ich glaube 29% an einem Tag. Ja, das war ziemlich, ziemlich bitter. Ich hoffe, da lässt sich noch ein bisschen was drehen oder Marine Harvest verlässt einfach nur dieses freche Land bzw. diese freche Regierung in Norwegen. Und keine Ahnung, sieht zu, dass irgendwo ein paar bessere Steuervorteile herrschen, weil 62% auf die Gewinne zu besteuern, das ist meines Erachtens schon sehr, sehr frech. Aber lass mich doch ganz gerne mal wissen, was du dazu sagst. Nun noch ein paar schöne Nachrichten. Und zwar gab es ein paar Dividendenerhöhungen. Vier Stück an der Zahl. Einmal Microsoft um 9,68%. Realty Income um 0,2%. Stanley Black & Decker hat die Dividende ebenfalls erhöht um 1,27%. Und Walgreens Boots Alliance, wo haben wir sie hier, immerhin 7,26%. Das sind noch ein paar schöne Nachrichten. Und jetzt schauen wir uns einmal die Performance an aus dem September 2022. Da sind wir auch schon bei der Performance. Hier rechts kannst du die Heatmap sehen und der September. Da schauen wir einmal drauf. Minus 6,8%. Ja, ziemlich hart. So weit runter ging es letztens erst wieder im Februar und im März 2020. Also seit zweieinhalb Jahren wieder einmal ein äußerst schlechter Monat. Allerdings zumindest für mich als Dividendeninvestor ganz nett, um nachzukaufen. Für das gleiche Geld kriege ich mehr Aktien. Beziehungsweise ich kann mehr Aktien für das weniger Geld bezahlen, kaufen. Je nachdem, wie man es sieht. Da sind noch ziemlich viele heiße Kandidaten aktuell dabei. BlackRock, ASML. Schreib mir doch ganz gerne noch in den Kommentaren, was du für dich attraktiv aktuell hältst. Wo kann man denn mal einsteigen? Wo kann man seine Position ausbauen? Und was hast du so an so Hotstocks aktuell auf Lager, wo du gerne mal zugreifen würdest? Denn jetzt würde es sich doch allgemein anbieten. Gut, wer weiß, in einem Jahr war das vielleicht danach alles viel zu teuer. Vielleicht geht es auch wieder hoch. Das weiß man halt vorher nicht. Das Jahr, alles in allem, ja, wie soll ich sagen, desaströs. Bisher minus 13,7% 2022. Allerdings, ja, alles halb so wild. Wir haben ja einen relativ langen Horizont. Wir haben noch einige Jahrzehnte des Sparens und des Investierens vor uns. Von daher, alles halb so wild. Das war nun der negative Rekord im September. Und jetzt gucken wir uns noch die Wertpapiere an. Ein bisschen genau. Und dann ab zu den Dividenden. Denn da gab es natürlich noch einen positiven Rekord zu vermelden. Bei den Wertpapieren, ja, ganz oben kann man mal gucken. Hier hat sich jetzt nicht so viel getan. Die großen sechs, die alle schon über 100% absolute Performance hatten, halten sich relativ stabil. AppV, Lay Research hat natürlich schon sportlich nachgegeben. Von über 600 auf mittlerweile knapp unter 400, 374 der Kurs, ja. AppV, relativ stabil. Microsoft, Procter & Gamble hat auch schon wieder relativ gut nachgegeben. Vielleicht könnte man da mal eine kleine Position noch eröffnen. Und Pepsi auch relativ stabil. Ja, hier unten haben wir ein paar heiße Kandidaten, die ein bisschen günstiger geworden sind. Ja, also BlackRock auf jeden Fall. Stanley Black & Decker. Marine Harvest, hier kann man es sehen. Der Chart ziemlich bitter. Ich zoome mal noch ran auf die 2-Monats-Ansicht. Hier ging es dann auf einmal runter. Ja, das war ziemlich hart von 17 auf 13 Euro. Hier sieht man natürlich diesen harten Einbruch. Aufgrund der Meldung der norwegischen Regierung, die Steuer so massiv zu erhöhen. ASML Holding meines Erachtens auch ein ganz netter Kauf jetzt mittlerweile bei 434 Euro. Ich habe bei 534 Euro gekauft. Kann man auch mal überlegen, nochmal die Position auszubauen oder mal eine kleine zarte Position zu starten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir nochmal zu den Dividenden, denn da ist nämlich wirklich einiges passiert. Und zwar hier der September 2022 stolze 123,06 Euro an Dividenden bekommen. Die kamen von 3M, Amcor, BlackRock, Johnson & Johnson, Mainstreet Capital, Marine Harvest, Microsoft, Realty Income, World Dutch Shell, Stanley Black & Decker, Unilever und Walgreens Boots Alliance. Schauen wir uns noch die quartalsweise Auszahlung an, denn im September hat jetzt ja nun das Q3 geendet und das sah auch sehr schön aus. Also wie man hier sehen kann, eine weitere Steigerung jedes Quartal von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr. Immerhin schon 232,02 Euro. Letztes Quartal waren es, also das Vorjahresquartal, um genauer zu sagen, 162,61 Euro. Also kann man da auch nicht meckern. Und im Jahresvergleich auch sehr schön, denn wir haben 2021 schon geknackt. Das heißt, die letzten drei Monate im Q4 sind noch dazu da, um den Vorsprung weiter auszubauen zum Vorjahreszeitraum. Also wunderbar kann man nicht meckern. Wir können billig nachkaufen, wir können immer mehr Dividenden kassieren. Natürlich der Euro-S-Dollar-Kurs ist natürlich auch noch auf unserer Seite aktuell, wenn wir jetzt viel in US-Aktien investieren. Alles in allem, doch alles gar nicht so schlimm. Wir haben einen langen Horizont. Ja, wie läuft es bei dir? Schreib es doch immer sehr gerne in die Kommentare. Lass mir ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Das würde mich natürlich immer freuen. Und ein Abo kannst du natürlich auch sehr gerne da lassen, wenn du das erste Mal hier auf den Kanal gestoßen bist. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis demnächst.